Flieht ihr Narren oder schaut euch diese Review zu dem Set an, um der Wahrheit ins elitlose Auge zu blicken. Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freund des gepflegten Clemmer Steinbaus. Heute habe ich mal wieder ein Set von MJI mitgebracht und zwar die Nummer 13018, die Magic Castle Cremor Series. Und es handelt sich dabei, weil wir haben keine Lizenz und ohne Lizenz erkennt man ja so etwas gar nicht, auf keinen Fall um den Turm Barad-Dur, den dunklen Turm, die Festung von Sauron. Also nur nochmal als Info, das ist es auf keinen Fall, also das ist irgendwas anderes. 969 Teile hat dieses Set und man bekommt es für sage und schreibe um die 20 Euro auf AliExpress. Momentan kostet es dort 21 Euro und wenn man nicht aus China importieren will, bekommt man es auch mit Originalverpackung in Deutschland von Amazon direkt für um die 35 Euro, was natürlich für knapp 1000 Teile schon mal ein sehr, sehr guter Schnitt ist. Uns ist allen klar, dass hier sehr viele kleine Teile drin sein werden. Ich meine, wir haben uns hier erst das Kobi Schiff mit 1000 Teilen angeschaut am Samstag und da ist um einiges mehr Volumen drin gewesen, aber das verspricht trotzdem Bauspaß, wenn die Steinequalität hier wieder so ähnlich gut ist, wie bei dem MG Formel 1 Wagen, den wir uns zusammen angeschaut haben, der mich wirklich sehr positiv überrascht hatte. Ich würde aber sagen, wir machen das Ganze mal auf und schauen uns zusammen die Steinetüten und die Anleitung an. Wir haben hier schon mal die drei Bauabschnittstüten liegen eindeutig gekennzeichnet und was ich cool finde, bei diesen großen Umverpackungstüten handelt es sich um Sipbeutel. Man kann diese also ganz einfach aufmachen, die Teile rausnehmen und wenn man das Ganze wieder einlagern möchte, das Ganze einfach wieder verschließen oder je nachdem, kann man die natürlich auch für andere Zwecke weiterverwenden. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut, was ein wenig unglücklich gelöst ist, die Blades kommen aufeinander verbaut zu einem geliefert. Ob das jetzt erst beim Versand passiert ist, weiß ich nicht, ich gehe mal nicht davon aus, aber wenn man da keinen Teile-Trenner zur Hand hat, weil das vielleicht eines seiner ersten Sets ist, dann wird das schon mal sehr, sehr schwierig, die halbenwegs vernünftig auseinander zu bekommen. Denn wir haben zwar einen sehr, sehr wertvollen Teile-Trenner dabei, aber bei Blades ist es schon sehr zu empfehlen, zwei zu benutzen. Auf jeden Fall haben wir auch noch mal die kleinen Tüten mit der Bauabschnittsmarkierung versehen, das finde ich sehr gut, da kann gar nichts schief gehen und nichts durcheinander kommen. Und über die Steinequalität reden wir natürlich dann wie immer während des Baus. Und dann haben wir natürlich die Anleitung, die ist designneutral, wie schon die MG-Anleitung bei dem Formel-1-Wagen, den wir uns angeschaut haben. Sie ist klammergebunden, die Druckqualität ist völlig in Ordnung. Wir haben große und wirklich eindeutige Abbildungen, es wird nichts ausgegraut, was schon gebaut wurde, sondern alles weiterhin in Vollfarbe dargestellt. Und die neuen Sachen werden dann rot umrandet. Insgesamt haben wir dann 116 Bauschritte, bis dieser völlig generische Turm ohne irgendein Vorbild vollendet ist und seine kleine Plakette auch. Die Idee finde ich schon mal sehr, sehr cool. Das Ganze passiert dann auf 48 Seiten verteilt. Und wir haben hier eine Teileliste, wen das Ganze näher interessiert, da kann sich das Video wie immer gerne anhalten, an der Stelle die einen interessiert. Was ich schon mal sehr, sehr cool finde, wir sehen hier Prints. Das Auge ist ein Print und auch die Plakette ist ein Print. Nochmal, ich habe dieses Set für 20 Euro von AliExpress aus China selbst importiert und die bekommen es hierhin eine Plakette zu printen. Das sollte eigentlich Standard sein, oder? Nein. Auf der Rückseite sehen wir dann nochmal das Set aus verschiedenen Winkeln. Das schauen wir uns natürlich aber gleich zusammen in dem echten Set an. Und dementsprechend fange ich jetzt an zu bauen und wir sehen uns gleich, ich denke mal, nach dem ersten Bauabschnitt wieder. Wir sehen uns doch schon ein Stückchen eher wieder, denn diese Seite hier ist auf dem Stand von Bauschritt 15, diese Seite auf dem Stand von Bauschritt 13 und im Bauschritt 14 passiert die Magie, damit wir diese schöne Buchoptik hier mit aufgeschlagenen Seiten haben. Und da ist eine Bautechnik drin, die ich zwar so schon mal gesehen habe, aber immer noch richtig, richtig cool finde, um Buchseiten darzustellen oder auch von irgendwelchen Gebäuden Details zu bauen. Im ersten Schritt legen wir diese Teile einfach nur hier rein. Letztlich absolut unbefestigt, es wird hier nur etwas zwischen die Plate geklemmt, wirklich Klemmkraft entsteht dort aber nicht. Im zweiten Schritt haben wir dann zweimal das vorbereitet und ebenfalls das wird auch nur hier reingelegt. Auch hier wird zwar etwas Druck aufgebaut, aber keine wirkliche Klemmkraft. Und zu guter Letzt kontern wir das Ganze nochmal hier mit gegen und überbauen es. Und so haben wir ganz, ganz einfach diese tolle Seitenoptik gebaut. Gefällt mir sehr, dass sie das hier umgesetzt haben. 27 Bauschritte sind wie im Flug vergangen und das zeigt schon, es macht Spaß. Wir haben jetzt in diesem ersten Bauabschnitt die Basis in Buchform gebaut, schön mit dem Lavasee. Da bietet nochmal viel Potenzial dort vielleicht eine Lichterkette unten reinzulegen, damit das schön leuchtet. Und Platz wäre dazu auf jeden Fall genug. Und das Ganze ist auch recht stabil gebaut, also hier geht so schnell nichts kaputt. Und ich finde so klasse, wie dieses aufgeklappte Buch aussieht. So viel Spaß hat wie gesagt auch der Bau gemacht. Denn Punkt 1 ist bis hierhin, ist die Steinequalität wirklich in Ordnung. Es ist jetzt keine Spitzenklasse und kann nicht mit Lego- oder Go-Bricks-Steinen konkurrieren. Das ist klar. Wenn wir aber das Preis-Leistungs-Verhältnis sehen, ist das richtig, richtig gut. Wir haben hier keine Spitzenkanten. Wir haben keine Steine, die sich nur sehr störisch verbauen lassen. Sie haben eine recht konstante Klemmkraft. Die ist mir zwar ein kleines Stückchen zu hoch vom Gefühl, aber das behindert nicht den Bau, als dass die Steine irgendwie sehr negativ auffallen würden. Auch aussehensmäßig ist das wirklich in Ordnung. Wir haben zwar im Beige vor allem leichte Farbabweichungen drin. Das geht aber noch, das hält sich im Rahmen. Und wir haben relativ matte Fliesen. Da zeigt sich wieder das Grundproblem, was die meisten Hersteller außer Lego haben, dass die Fliesen eben nicht so richtig hochglanz sind. Aber auch das stört mich bis hierhin überhaupt nicht. Und hier muss man auch Preis-Leistung sehen. Ich kann es da nur wiederholen. Das macht bisher sehr, sehr viel Spaß. Und ich habe schon Sets für 20 Euro gebaut, die weniger Bauspaß hatten, als jetzt dieses Buch hier im ersten Bauschritt. Und da ist der gesamte Turm noch nicht mal gebaut. 75 Bauschritte später sind wir nun schon auf diesem Stand und haben zwei Drittel Sets zumindest nach Bauabschnitten hier schon erfolgreich abgeschlossen. Ich muss sagen, das sieht doch schon richtig, richtig gut aus. Und das geht so von der Deko in Richtung Nano-Sets. Und wir haben hier wirklich eine kleinteilige und dadurch richtig, richtig gut aussehende Deko. Besonders diese Pfeilspitzen hier als Deko gefallen mir sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, das sieht doch schon richtig düster und irgendwie auch bedrohlich aus. Und genau das soll der Baragdur, der das natürlich hier überhaupt nicht darstellt, doch auch sein. Ich finde, den Übergang vom Buch zum Turm an sich haben sie richtig, richtig gut hinbekommen. Und was mir für die Beleuchtungsidee noch gefällt, wir haben hier überall nochmal ein paar Trans-Clear-Teile, die durchschimmern. Und wenn wir hier wirklich den Boden beleuchten würden, leuchtet da wahrscheinlich am Ende, zumindest bis hierhin, auch der ganze Turm etwas mit. Gerade die Teile vom Fundament sind natürlich etwas repetitiv. Man baut da eigentlich immer dreimal dasselbe, steckt es dann auf. Aber es wird trotzdem nicht langweilig, weil sie es gut aufgeteilt haben und man eben auch bei den anderen Elementen, die man dreimal baut, nicht ganz genau dasselbe baut. Das hat es auf jeden Fall nochmal aufgelockert und damit hat das auch sehr viel Spaß gemacht, obwohl es für mich persönlich an den Bauteil von dem Buch nicht rankam, aber natürlich optisch richtig was hermacht. Die Steinequalität ist immer noch, wie besprochen, bisher echt gut. Die Steinequalität ist immer noch, wie besprochen, bisher wirklich in Ordnung. Da gab es keine großen Probleme, bisher auch kein Fegus. Ich hoffe, dass das so bleibt und wir sehen uns gleich mit dem fertigen Nicht-Baradour wieder. Und damit ist der absolute Nicht-Baradour von MG auch schon fertig. Ich werde euch gleich noch ein paar schöne Bilderchen vom gesamten Turm einblenden, aber davor wollte ich euch noch ein paar kleine Details zeigen. Ein Detail, was auf der Verpackung fast komplett verschwiegen wird, außer dass das Auge so ein wenig leuchtend gemacht wurde, was aber auf Packungen von einem bestimmten dänischen Hersteller nicht viel zu sagen hat, denn da kann auch etwas leuchten und am Ende ist kein Leuchtstein drin, wurde hier aber umgesetzt und zwar haben wir ein leuchtendes Auge. Es ist zwar nur ein Leuchtstein und die Leuchtkraft ist jetzt auch nicht unbedingt enorm, aber ich würde sagen, ich beschwere mich auf jeden Fall nicht, wenn das Ganze bei so einem Set dabei ist. Und was die Beleuchtung angeht, werde ich auf jeden Fall noch das Buch von unten beleuchten und da im Dunkeln ein paar Bilder machen und euch das Ganze natürlich auch noch einblenden. Interessant ist, finde ich, dass der gesamte Turm entlang einer Achse gebaut wird und das hier wirklich nur eine Verkleidung mit Siegklemms ist. Dementsprechend wackelt das auch hier etwas drauf, aber man muss ganz klar sagen, es ist fest, hier fällt nichts ab, aber durch die Konstruktion eben ein wenig wobbelig. Durch diese Art der Konstruktion haben wir es aber geschafft, so detailreich in einem relativ kleinen Maßstab diesen Turm darzustellen und da es bei diesem Turm ja sowieso eher um die Optik geht, muss man einfach sagen, war das die genau richtige Herangehensweise und Sie haben hier wirklich einen tollen Turm erschaffen. Und durch diese Bautechnik, die man jetzt auch nicht allzu oft hat, hat der Bau, auch wenn er hin und wieder etwas friemelig war, auf jeden Fall Spaß gemacht, weil man doch eine Zeit lang gerätselt hat, wie das Ganze am Ende funktionieren soll und dann irgendwann kam der Geistesblitz, ah, das haben sie sich gedacht. Es ist natürlich so, dass wir sehr, sehr viele ähnliche Bauschritte hier drin haben und sehr, sehr viele Wiederholungen. Denn genauso wie bei dem Fundament des Turms haben sie das sehr, sehr gut entzerrt, also man hat dreimal diese eine Art gebaut, dann dreimal die andere und es war nur gerade so viel, dass es am Ende nicht nervig war, sondern durchgängig Spaß gemacht hat. Es gab auf jeden Fall keine Fehler oder Unwägbarkeiten in der Anleitung. Die schwarzen Steine ergeben ein schönes Bild, sie glänzen an den Stellen, wo sie glänzen müssen und es ist wirklich eine gute Teilequalität. Wenn wir mal überlegen, dass wir hier für so wenig Geld 969 Teile bekommen haben, die zwar sehr kleinteilig sind, aber durch diese kleinen Teile dann eben auch am Ende so ein schönes Bild entstanden ist. Und wahrscheinlich hätte alleine der Leuchtstein bei einem dänischen Hersteller schon 15 Euro Aufpreis bedeutet. Also das muss man dem Set lassen. Für das Geld ist die Steinequalität richtig, richtig gut. Und neben dem wirklich sehr schön bedruckten Auge haben wir auch noch einen weiteren Druck. Denn wir haben den Stand, wo wir nochmal den Turm in Mini-Format gebaut haben. Gefällt mir sehr, sehr gut, ist eine schöne Idee. Und wir haben diese bedruckte Plakette. Die Druckqualität ist ordentlich, die Designqualität, naja. Da wäre noch etwas mehr drin gewesen. Aber das ist schon wirklich Meckern auf hohem Niveau, wenn man ein so tolles Set für diesen Preis bekommt. Ich meine, wir haben als erstes das Buch, die Bautechnik dort war cool. Dann kam der Zwischenbauschritt mit dem Fundament, der etwas repetitiv war, aber auch nicht langweilig geworden ist. Und dasselbe gilt dann für den Turm, wo man sich aber freut, dass nach und nach das Ganze entsteht. Und es sieht am Ende auch einfach richtig, richtig gut aus. Für diesen Maßstab, wir haben hier für den Maßstab einen tollen Detailgrad. Und das alles zu einem sehr, sehr günstigen Preis. Und wir haben dadurch, dass der Turm innen hohl ist und das Buch unten hohl ist, auch noch viele gute Möglichkeiten, das zu beleuchten. Und das Set damit selbst mit seiner Kreativität vielleicht nochmal auf ein neues Level zu bringen. Wenn man so möchte, ist der einzige Kritikpunkt an diesem Set, dass es eben keine offizielle Lizenz ist. Denn der Rest hat komplett überzeugt. Und man kann dieses Set durchaus mit einem Käuferschutz über Amazon bestellen oder eben auch über diverse chinesische Seiten. Ich kann von daher dieses schöne Set auf jeden Fall jedem empfehlen. Und kann euch auch versprechen, dass dieser Turm etwas länger halten wird bei euch zu Hause als beim originalen Vorbild. Und unter uns, das Ganze ist eine sehr, sehr erschwingliche Lösung für jemanden, der keine über 400 Euro für den Baragdur mit Lizenz ausgeben möchte, der natürlich nochmal auf einem anderen Platz steht. Aber dafür hat nicht jeder das Geld oder auch den Platz. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, dann schreibt mir immer gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleyprick. Bis zum nächsten Mal.